Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von NBA 2K16 und dem Domination Modus. Es geht als nächstes gegen die Lakers aus dem Jahre 1998. Wir schauen uns die Matchups an. Shaquille O'Neal, Amassist. Ja, ich würde ihn saugerne haben, aber die Wahrscheinlichkeit, Wick Fox gegen Leonard ist sehr gering, sage ich mal. Also wenn ja, dann würde ich komplett ausflippen. Aber Amassist-Spieler kriegt man, glaube ich, einfach echt mega, mega selten. Kirby gegen Van Exel. Und Eddie Jones gegen Klay Thompson. Tja, klarer Vorteil für uns. Auch wenn die Lakers Shaquille O'Neal haben. Also da muss schon einiges kommen. Ja, um das Team hier zu schlagen. Zumindest von der Wertung her. Möglich ist alles. Challenge gibt es dieses Mal anscheinend keine. Und der erste Ball gehört den Lakers. Curry. Haui. Und erster Rebound für uns. Leonard zu Thompson. Der rüber zu Curry. Und der mit dem Layup. Ganz easy. Die ersten 23 Punkte direkt mal eingetütet. Und Volleyball. Einfach nur Volleyball. Cousins mit dem Monsterblock. Lennart. Leonard. Jones gegen Thompson. Dead sind dead. Macht ihn nicht. Rebound. Zu Aldridge. Ja, rein damit. Wenn man so frei steht. Dann fällt er natürlich auch leichter. 5 zu 0. Van Exel. Oder Van Exel. Gehört wieder uns. So, komm. Wir tanken uns rein. Und der macht ihn eiskalt. Was ein Wurf over the glass. Nice. Drop rein 8-0. Ja, dieses Mal geht er rein. 8-2. Dann zu Aldridge. Schade. Zweites Personal Foul. Geht rein. Geht auch rein. Van Exel. Ja, okay. Hab's verstanden. Carry. hat die 400-Punkte-Marke geknackt. Oder beziehungsweise die 403er-Marke. Nicht die 400-Punkte-Marke. Oh, nice one. Nice, nice, nice. Jones. Und Block. Zu Lennart. Und der geht auch wieder rein. No chance. 14-4. 14-4. Und nächster Block. Die werden zerberstet gerade. Na, der war scheiße. O'Neal mit dem Rebound. Aldridge. Zu Carry. Thompson gegen Jones. Hm, scheiße Turnover. Und jetzt kommt Jones. Leading the break. Jones dribbelt, dribbelt, dribbelt. Und nächster Block. Alter, kommt schon. So, die ersten Wechsel. Beziehungsweise, wir hauen gleich die komplette Starting Five raus. Jones. Ja, dieses Mal ohne Block. Und George. Zu Butler. Nochmal zu Bosch. Mit Wrench Zampa geht nicht rein. Und ich krieg den Rebound nicht. Ich bin sehr surprised, wie viel Spaß er hatte. Und einfach den Schaden ein bisschen. Zu der inside. Hier ist Bryant. Some solid defense from Butler. Chicago lead by six. Feeds it to Gasol. Oh, natürlich. Genau zum richtigen gespielt. Schöner Pass. Und rein damit. 134 MT-Punkte. Ja, erstes Foul. Zwei Freibürfe. 16 zu 8. Geht nicht. Gasolantin direkt nach vorne. Ja, genau. Zu Gasol. Chris Bosch. Fake. Jetzt wird es langsam eng. Schade. Geht nicht rein. Kobe hat ihn. Ja, Mr. Kobe Bryant. Oh, Mann. Ich weiß nicht, wer vielleicht das letzte Spiel gesehen hat. 60 Punkte. Ja. Und ey, also ich bin, hab mir echt einen Wecker gestellt. Hab nebenbei die Warriors laufen lassen, wegen dem Rekord von den Bulls. Und das andere Match. Klar, die Lakers gegen die Jazz. Oh Mann, war schon ein schwerer Abschied. Hätte ich gar nicht gedacht. 20 Jahre Kobe Bryant in der NBA. Schade geht nicht rein. Raus. Zu George. Der mit... Oh. Geht nicht rein. Kobe Bryant. Geht nicht rein. Ja. Ja. Putback. Geht rein. Westbrook. Zu Gasol. Komm, tank dich durch. Oh, Gasol. Also der hat bis jetzt keinen guten Tag. Kobe Bryant. Geht uns. 16 zu 11. Also krasser Start. Dann nachgelassen. Gleich wieder konzentrieren. Dass da nicht noch irgendwas anbrennt. Wohl. Aldrich. Ja. Komm, zurück, zurück, zurück. Block. Geht nicht. Rebound. Gött uns. Und dann ist Thompson. Und es ist Wall. Und es ist der 1. Aldrich. Dich ist Leonard. Die beiden Teammates. Aldrich gegen Dorr. Aldrich kippt Leonard. Ah, Turnover. Jetzt echt wieder konzentrieren. Der geht. Doch, der geht. And one. 16 zu 13. Wahrscheinlich gleich nur noch 16 zu 14. Ja. Wall. Zu Aldrich. Der zu Cousins. Und der bämmst ihn rein. Und das ist, wie es ist. Ich meine, find das Hole in der D. Und dann geh hart auf den Rack. Vielleicht war das Hole ein bisschen größer, als es hätte sein. Barry. Well, es war. Ich meine, ein tightes Spiel wie dieses? Du denkst, dass sie ein bisschen mehr Energie haben, als das. Der geht nicht. Haben wir. Ich bin ein Fan von irgendjemandem, der so schützt. Ich meine, sie waren nicht überrascht, die die Tür öffnen. Ich meine, sie waren nicht überrascht, die die Tür öffnen. Und einfach nur noch mal raus. Ja, schön gespielt. 20 zu 14. Barry. Just the height separation on that mid-range jumper. Excellent job. Barry. O'Neal gegen Cousins. Geht's. Nichts habe ich. Wall. Wall zu Thompson. Zu Wall. Bam. Dreierbombe. So, Wall. Gegen Barry. 23 zu 14. O'Neal. Macht ihn. Oh, der tut weh. Zeig ich doch. Rein damit. Time out. Läuft auf jeden Fall richtig gut. Einwurf für die Lakers. Ist auch geil. Mal zu sehen, wie da der Court noch aussah. Fox. Barry. Oh, und er macht ihn. Nicht schlecht. Curry. Zu Cousins. Zu Aldrich. Kassierig eiskalten Block, ey. Na, da wollte ich ihn direkt wegstilen. Van Exel. Jones. Nimmt ihn. Macht ihn nicht, Kass. Denn zart ihn. Rebounding. Aber genug, um den Job zu machen. Ja, aber eine weitere Vorteile. Na, geht auch wieder nicht. Und das ist, was an diesen Lied. Ah, ihr habt das auch schon selbst in den Kommentaren geschrieben. Also an den Release von Curry muss man sich echt gewöhnen. Der ist so quick. Der ist schon echt. Teilweise nicht mehr. Ja, jetzt kommt auch noch ein Turnover. Curry ist ja richtig on fire. Ja, geht rein. Also der ist wirklich so schnell. Der Release, das ist Wahnsinn. Ich meine, klar, wie im echten Leben. Da braucht Curry auch keine Sekunde und zündet sofort. Ich glaube, ich ballere jetzt einfach mal mit Curry ein bisschen weiter, dass ich da mal ein bisschen mich dran gewöhne. Ja, schön rein damit. War nächste. Gegen Curry. Geht nicht. Ja, aber keiner verteidigt. Du schallt unterm Korb. Ja, genau. Und der ist ein Spiel. Du schallt. Ich will nicht sehen, dass er immer wieder quit on a play. Das ist ein Handvoll. Du musst du auf den Körper auf dem, Clark, in all times. Patrick Gabb, sei. Und du wißt du, was das nicht? Er ist ein Bosch. Das ist ein Bosch. Bosch pass. Der Körn ist Dach. Klocken 4. Bosch kicks Dach. Puts es auf. Ah, scheiße, Mann. Also mit Curry komme ich noch überhaupt nicht klar. Jones. Jungs. Ah, Block, schönes Ding. Und keiner holt sich den Rebounds. Ja, Westbrook kommt rein, wahrscheinlich für Curry. Ja. Komm, dranbleiben. Oh, was für ein Block. Egal, auch wenn der jetzt reingeht, der Block, der war einfach nur bitter. Komm, Harry. Mann, Axel, gegen Westbrook. Geht nicht, doch geht. 27, 24. Das ist wieder so eng, ey. Ich hasse das. Komm, Gasol, jetzt muss da auch mal was gehen, ey. Ja, wenigstens zwei Freiwürfe. Alter, ich kotze jetzt gleich echt richtig ab, ey. Was ist denn da los grad? Rein damit. Mann, Axel. Ja, geht. 28, 26. Ja, rein damit. Das kann auch niemand aufhalten. Kobe. Alter. Ich wollte grad sagen, lass die vielleicht noch mehr durchlaufen. Das sind jetzt wieder keiner von denen. Und Block. Tja. Halbzeit. Ein Halbzeitblock. Buzzerbieterblock. Ja, meine Wurfboote ist scheiße. Also, weil ich auch mit Kirby ungefähr so viel daneben genagelt hab. Ja, ich hab immer noch 57%, aber trotzdem. Trotzdem, trotzdem, trotzdem. Leider hat sie Curry. Bäm, rein damit. So. Okay, muss man echt nach einer Sekunde eigentlich wieder loslassen. Das ist Wahnsinn. Der geht nicht, ich wollte grad sagen. Schöne Defense. Und dann gibt es Demarcus Cousins. Und es ist Thompson in der Schütung. Und ein schönes Ballmögen hier bei Chicago. Ja, so Bits steht auch O'Neill vor mir, ey. Spin Move und Cousins bringt nichts. Und Thompson kippt zu Kurt. 6 auf der Schottklappe. Ja, zwei Freibürfe, perfekt. Das ist uncheckt. Rally hält die Ränge zu diesem Team. Und wir haben ein paar Beispiels. Und wir haben ein paar Beispiels. Und das ist das, was für die Frage, Nummer 2. Und hier mit dem Einwurf, Mann Exel. Geiler Pass. Turnover. 9 Punkte Führung. Und für diejenigen, die sich in die zweite Hälfte schenken, sind wir ca. eine Minute in der zweiten Hälfte. Outside Curry. Die Fee zu Aldridge. Er ist looking for Cousins und finds him. Leonard. Rein damit. Leonard's got five. Style and Grace from Kawhi Leonard on that one. Schön weiterspielen. Ich hab nicht so viele MT-Punkte, also chillen kann ich hier absolut nicht. Also. Wir führen zweites mit elf Punkten, aber MT-Punkte müssen wir mal reinhauen. Jones. Ja, das stehen vier Leute um ihn rum, aber kannst du dich aufhalten. Ah, Jungs. Curry und Thompson machen beide den Dreier nicht rein. Ich hab ihn natürlich auch nicht perfekt getroffen, aber trotzdem. Scheiße. Chicago calls time out. Chicago lead by seven. Outside Curry. Thompson dishes to Leonard. Down low. Turnover. Ich hab schon beim Pass gesehen, dass es nichts wird. Ja, jetzt beruhigt sich halt. Gehört uns. Curry. Rein damit. Scheiße, meine Dreierkwurte ist, glaube ich, echt am Arsch. Oh, Steel, komm. Ja, jetzt behält er den. Ey. Ich hasse es, wenn ich den Ball eigentlich schon weggestealt hab. Und dann geht er nicht, oder kommt nicht zu uns. Ey, das gibt es nicht, Mann. Ich komm einfach nicht klar auf diesen Wurf. Niemals. Egal, ich werfe einfach weiter. Mir ist das jetzt echt Bums. Ja, danke. Rein damit. Endlich. Gibt's ja nicht. Das ist halt das Krasse bei my team. Jeder hat einen unterschiedlichen Wurf. Da musst du dich halt auch erstmal dran gewöhnen. Habe ich. Thompson. Ey. Das ist ein Fassbanner. Ah, super. Kriege ich sogar noch den Rebound. Was ein Lack. Okay, also jetzt sollte ich, glaube ich, echt langsam aufhören, Dreier zu werfen, weil sonst wird das nichts mehr. Also Dreier vergessen wir für heute. Was habe ich für eine Dreierquote? Ich will es eigentlich gar nicht sehen, aber okay. Wir schauen trotzdem kurz rein. 36 Prozent. Naja. Nehmen wir Dreier nur noch, wenn sie wirklich wenn wir komplett frei stehen. Jones. Ja, lassen wir Kobe einfach mal. Geht nicht. Hab ich. Ah. Boah, Jungs. Scheiße. Ey, dass der Pass durchkommt. Was war das jetzt? Äh, okay. Geht nicht. Hat Butler zu Bosch. Ey, Alter, stand ich jetzt da wirklich komplett frei. Mann. Was macht Van Exel? Und Block. Cousins. Ja, rein damit. Geht doch. Mann Exel. Immer noch. Und Block. Oder auch nicht. Geht nicht. Hat Gasol. Bam. Fast Break. Assist. Dank. So, Van Exel. Komm. Ja, geht. Zu Westbrook. Der zieht gleich mal, der zieht volle Kanne ab. Und legt ihn rein. Also, sieht gar nicht so schlecht aus momentan. Komm, lass ihn einfach durchlaufen. Lass ihn durchlaufen. Schaut euch das an. NBA Ki. NBA Ki. Zumindest in meinem Team. Furchtbar. Wirklich teilweise furchtbar. So sehe ich dieses Spiel lieber. Ja, der geht auch noch rein. Bam. Also. Jetzt wird es wieder eindeutig. Dreiergut auch noch mal ein bisschen hochgeschraubt. 17 Punkte Führung. Los Angeles Trails by 17. We've got Fox. Ori is out there with Blunt. Then there's Van Exel. And it's Bryant in at the two. Van Exel no good. Boss. Why have I taken the initiative? They've played... Why have I taken the initiative? They've played... So far. Kann ich das mal bitte jemand erklären? Einfach so, ne? Weil ich... Deppin manchmal. zu Curry. Jetzt komme ich überhaupt nicht mehr durch. Katastrophe. Also was ich gerade spiele, ist echt eine Katastrophe. Dreierquote am Arsch. Ja gut, jetzt können wir die Dreierquote eh... Können wir drauf kacken. Aber Freiwürfe muss ich glaube ich noch ein paar rausholen, sonst... Wird das nichts. Ja, der fällt. Ich bräuchte mal meine komplette Starting Five einfach drinnen. Erste fünf... Ja, genau. Hat er das jetzt angenommen? Hat er. So, Aldridge. Legt den rein. Aber wie? Irgendwie über die eigene Schulter drüber. Van Exel. Das gibt einen Block. So. Sag ich doch. Das ist Wahnsinn. Ich stehe so fetzenfrei und treffe den echt nicht schlecht und der geht nicht. Campbell. Komm, lass ihn machen. Lass ihn einfach machen. Geht nicht. Hab ich. So, ich brauche jetzt echt noch Freiwürfe. Jawoll. Ey, was ist denn... Ey. Unfassbar, Mann. Er ist der zweite von der Linie. Er ist der zweite geht rein. Und er hat ein paar Shots in Reverse. Und wegen davon gibt es jetzt einen großen Intimidationfaktor, der in ihrem Favorit funktioniert. Jones. Und er macht ihn. Und wieder zwei Freiwürfe. Diesmal wäre es mega geil, wenn beide reingehen würden. Cousins. Nummer eins. Blatant Kontakt. Straightforward Call. Simple. O'Neal check in for Los Angeles. Und so DeMarcus Cousins nailt both of them. Los Angeles trails by 20. Van Exel. Check with the screen. Das ist Wahnsinn. Van Exel dishes to Jones. Geht nicht, habe ich. Aldridge. Thompson. Zu Cousins. Okay, das ist bitter. Das ist auf jeden Fall bitter, gegen O'Neal. So vorbeizuziehen. Ja, okay. Scheiß Defense-Sendner. Boah, Aldridge. Wie stellst du dich denn hin? Nochmal zu Cousins. Was war? Hey. Das fass ich jetzt nicht. Jones. Ja, Rich and Foul. Howie? Komm, lass ihn einfach werfen. Genau deswegen. Ist eigentlich auch traurig, dass man das so spielen muss. Das sollte eigentlich auch nicht der Sinn sein. Mist. Hier ist der Brake. Aber bis Dieter teilweise immer zu Potte kommen. Ja, Block von O'Neal. Also Curry können wir heute echt komplett vergessen. Dreier fallen aber bei den Lakers auch richtig gut. Auf jeden Fall. Zu Cousins. Oh, der legt ihn nicht rein. Oh, der legt ihn nicht rein. Geht auch wieder nicht. Komm, Curry. Cousins. Cousins. Macht ihn wieder nicht rein. Oh, scheiße. Jetzt wird das nochmal mit den MT-Punkten noch knapp, weil wir keine Körbe mehr machen. Ja, das war mal wieder eine Watschung vom Allerfeindsten von der Seite. Hab ich. Jawohl. Wichtige Punkte nochmal. Komm schon. Geht nicht unserer. Was ein geiler Pass. Ja, ist ja klar, dass der reingeht. Das wird knapp von den MT-Punkten her. Ja, geht nicht rein. Oh, ich hab ein ganz ungutes Gefühl. Irgendwie glaube ich, dass das nicht reicht. Wir schauen. 787. Ey, das glaube ich nicht. Ey, komm schon. Ey, wegen drei Punkten. Ey, das ist so ätzend. Ey, das ist wirklich sowas von ätzend. Ey. Boah, bei sowas kann ich mich so aufregen. Oh. Ja. Geil. Ja, das Pack-Opening gibt es erst das nächste Mal, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ich kann es nicht fassen. Wegen drei geschissenen Punkten. Kai Pack-Opening. Das nächste Mal dann. Schaut wieder rein. Bis dann. Ciao. Das headdatch. Das ist meinpp Fort. Das war's. Well, ich soll.